Cooking-Tipps bei What's for Beats mit Steffen Henssler. Heute gab es ja Entenbrust à la John Niven. Erster Tipp, passt beim Messerschneiden auf eure Finger auf. Das ist wirklich ganz ganz wichtig. Der zweite Tipp ist Entenbrust. Kennt man ja. Anbraten auf der Haut, 150 Grad im Ofen, 10 bis 15 Minuten, fertig. Man kann das Ganze aber noch verfeinern. Ihr nehmt einfach Rosmarin, macht unten ein bisschen die Blätter ab. Der Zweig ist nämlich sehr stabil und dann spickt ihr die Entenbrust und dann bekommt das Fleisch so einen wunderbaren Flavor von dem Rosmarin. Der zweite Tipp ist beim Milchreis. Beim Milchreis, aber beim Wildreis. Man kann ihn so kochen wie wir und dann einfach mit ein bisschen Ziegenkäse servieren, aber ihr könnt auch den Wildreis nehmen, richtig ausdämpfen, ein Eigelbrann, bisschen Mehl, bisschen Stärke, Salz, Pfeffer und dann könnt ihr so kleine Galetten, nennt man das, und ich würde sagen so Frikadellen machen von dem Wildreis. Gebraten, dann kriegt das so ein Röstaroma. Auch richtig lecker. Und der letzte Tipp zur Rotweinsoße. Die haben wir ja klassisch gemacht, mit Karamell angesetzt, Schalotten, damit Rotwein eingekocht, dazu Chili für die Schärfe. Kann man machen, aber noch besser fällt mir gerade ein, ist frischer Ingwer. Also kurz bevor die fertig ist, Ingwer reiben, weil dann habt ihr die Schärfe von dem Ingwer, aber auch die frische und das passt super mit dem Rotwein zusammen. Also diese Tipps beherzigen, ab in die Küche und wieder einschalten bei What's for Beats.